Teddy Schumann ist jetzt hier am Mikro. Der bestimmt kann zufrieden sein mit den beiden Tagen jetzt im neuen Jahr. Erstmals nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag die Endrunde der Berlin Liga. Jetzt am ersten Wochenende hier im Januar. Teddy, wie bist du mit dem ganzen Turnier zufrieden jetzt, mit dem Ablauf? Ich bin überrascht eigentlich von der Zuschauerzahl, weil wir hatten ja keine Erfahrung. Wir haben ja immer den Endspieltag am zweiten Feiertag gehabt. Ich bin angenehm überrascht mit 1120 Zuschauer heute. Ich bin sehr zufrieden. Wir kommen wieder über 2000, auf was wir uns immer als Grenze auch gesetzt haben. Ich bin mit dem, wie es abgelaufen ist, auch sehr zufrieden. Und ich denke, bei diesen spannenden Spielen haben wir alles richtig gemacht. Die Stimmung ist ja wieder grandios, wie man jetzt auch im Hintergrund hören kann. Und die war gestern auch schon gut. Bist du mit der Qualität der Spiele zufrieden? Also es fing ja gestern eigentlich ein bisschen schleppend an. Die erste Gruppe war ein bisschen lasch vom Fußballerischen, hat sich aber gesteigert. Und wenn ich jetzt sehe, dass im letzten Gruppenspiel noch jemand sich qualifizieren kann für die Halbfinals, da muss ich sagen, war bis zum Ende spannend und die Qualität war dann auch schon gehoben. Und ich denke auch mal, der Vertreter, der heute ja Meister wird oder der Sieger des Turniers, wird ein guter Vertreter auch bei der Regionalliga, Oberliga spielen. Genau. Und das ist ja mal so ein super Gewinn am Ende, dass man nächste Wochenende dann Regionalliga spielen kann gegen Regionalliga und Oberliga-Vereine. Immer ein Gewinn. Ist dann das Sicherheitskonzept aufgegangen und all die anderen Dinge, die man im Umfeld so vorbringen muss, um das Turnier erfolgreich zu machen? Denn das wissen ja die wenigsten, dass da viel Arbeit im Hintergrund dazugehört. Viele Leute, die sich hier engagiert haben. Ja, ich habe ja nun im 13. Jahr dieses Turnier ausgerichtet. Ich habe einen Stamm an Mitarbeitern, auf die ich mich verlassen kann. Wir haben dieses Jahr das erste Mal also kein Unternehmen zur Sicherheit benutzt, sondern haben mit ehrenamtlichen Leuten gearbeitet, die alle sehr fleißig waren. Wir hatten auch keine Problemmannschaft dieses Jahr bei. Es ist alles sehr harmonisch abgelaufen und Bombenstimmung. Man sieht heute auch, Empor macht wahnsinnig viel Stimmung. Und am ersten Tag war es auch Preußen. Ja, ich bin also rundum zufrieden mit der Qualität und auch mit den Zuschauern, wie die ja diesmal mitgehen. Wird es denn im nächsten Jahr eine weitere Auflage geben und dann, sag ich mal, auch wieder im Januar oder möchte man wieder zum zweiten Weihnachtsfeiertag zurück? Ihr seht ja selbst, auf unserem Programmheft steht 24. Turnier. Wir haben also Jubiläumsturnier. Wir wollen dieses auch ein bisschen größer aufziehen. Also wir haben da schon Ideen, die möchten wir jetzt noch nicht kundtun, weil wir müssen ja auch erst mal wieder gewählt werden. Aber es läuft vieles. Viele Sponsoren kommen, wollen mitmachen. Es ist attraktiv, bei der Berlin-Linger sich zu präsentieren. Und wir machen garantiert wieder ein Fußballturnier. In etwas anderer Art vielleicht, dass wir die Jugend diesmal rausnehmen und zwei Extra-Turniere machen, sodass wir sagen, okay, wir machen nur mal als Vorschlag. Wir machen auf den Samstag die Vorrunde und machen am Sonntag dann die Endspiele. Fangen um 10 an, machen um 14 Uhr Feierabend mit Siegerehrung und alles. Und machen dann dann Player-Partys so als Abschluss 25 Jahre Berlin-Liga, Hallenturnier und so weiter. Ist ja doch eine stolze Zahl, die wir mit dem 25. Turnier erreicht haben. Und ich denke mal, die Erfolgsserie wird weitergehen. Wir sehen, dass viele Vereine Interesse haben, auch mitzuspielen. Es gibt immer ein paar, die nicht wollen. Aber gut, das entscheiden die alleine. Denn danken wir dir für dieses tolle Turnier hier und ganz Fußball Berlin natürlich und hoffen, dass das nächste Jahr wirklich in der Form dann auch weitergehen kann. Players-Partys ist sicherlich super interessant. Danke. Ich danke auch für die Teilnahme an diesem Turnier und wünsche euch noch viel Spaß. Ja? Vielen Dank. Okay, gut. Tschüss.